Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider 2. Beim letzten Mal haben wir noch die Karte der Kompen von Talion abgeschlossen. Wobei abgeschlossen wahrscheinlich nicht ganz so trifft. Wir haben extrem viel verpasst, glaube ich. Wie heißt das Level jetzt? Eispalast. Alright. Was haben wir hier? Eine Glocke. Okay, die kann man einfach so anschießen. Schöne Sache. Sonst gibt es hier nichts, ne? Anscheinend nicht. Alright. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die beste... Ah, da sind wieder diese Yeti-Kreaturen drin. Hier kommen bestimmt Gegner. Was? Drei Stück? Dann nehmen wir doch direkt mal das M16 nach vorne. Wow. What the fuck? What the fuck? Holy shit. So, machen wir das hier nochmal auf. Nehmen wir das M16 nach vorne. Wir wurden da ein... Das sind irgendwie... Wir wurden da hochgespickt. Und das war interessant. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also in einem Tomb Raider Teil. Das ist irgendwie eine neue Spielmechanik dann wohl. Okay, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, wo wir raufstehen. Weil man kann hier dann relativ einfach sterben. So wie es aussieht. Oh, holy shit. Ah, das wird ein Spass. Da sehe ich jetzt schon, dass das ein ziemliches Hasslevel wird. Gucken wir mal, was das hier macht. Kriegen wir... Ja, ich wollte schon sagen. Kriegen wir Fallschaden? Natürlich kriegen wir Fallschaden. Wahrscheinlich kann man die Dinge irgendwie nutzen, um... Dann hier hoch zu kommen. Ja. Zum Beispiel. Aber... Äh... Ich wollte eigentlich nicht hier hoch. Wir probieren das mal von der Seite. Ich wollte hier hoch. Da ist ein Schalter. Ich meine, das war jetzt das Offensichtlichste. Schade. Ich dachte, vielleicht ist es ein Secret. Wetten. Wir haben gerade die ETs rausgelassen. Ah. Okay. Okay, die können hier hoch. Oh, right. Ja, wir haben tatsächlich die ETs rausgelassen. Äh... Wie gut und schon schlecht das war, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber... Sie sind auf jeden Fall down. Und ich denke, dass es... Äh... Damit haben wir definitiv was gewonnen. Das wird ein absolutes Höllenlevel. Und sich hier überall hochspicken kann. Da wird es Secrets geben, die man... Einfach nur mit hochspicken und sich irgendwo festhalten dann... Finden wird wahrscheinlich. Na gut. Die ETs sind weg. Der große Vorteil dadurch ist, dass das hier erstmal... Ruhe im Gelände ist. Dann holen wir uns noch... Dieses Med-Kit. Aha. Da ist nochmal einer. Da ist noch so ein Bösewicht. Ah, die Uzzis machen auch super viel Schaden. Haben wir sonst noch was? Wir haben einen Schalter. Wir machen super gut Progress hier. Dann geht das auf. Ich glaube, da können wir drauf landen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo wir sind. Achso, das ist da zum Hochspicken wahrscheinlich. Das hilft uns dann. Alright. Wollen wir uns doch die ganze Spickangelegenheit mal ein bisschen genauer ansehen. So, hier ist auch aufgegangen. Sehr schön. Hier sind wir reingekommen. Hier sind die ETs hochgeklettert. Okay. Das ist auch passiert. Also, hier drüben... ...gab es nichts zum Spicken. Und auch sonst nichts. Alles klar. Hier haben wir ganz oben schon mal was erledigt. Ich werde mal kurz gucken, ob hier noch was zu sehen ist. Es wird viel Trial and Arrow hier geben. Ich frage mich, wie das... Also, das Spiel kam ja auch für die Playstation raus. Und man da auch einfach safen konnte. Okay. Das kommen wir nur wieder da hin. Alright. Okay, dann... Äh... War... Ich glaube, der Spickpunkt, den haben wir mal. Äh... Was ist mit dem hier? Der bringt uns einen Scheißdreck. Gut. Oder... Na gut, äh... Ist akzeptabel. Dann probieren wir mal den hier. Ich glaube... Was ist, wenn wir... ...da drauf springen? Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Momentum nach vorne. Das wäre ziemlich cool. Wow. Ah. Ja. Wir müssen einfach nur noch schießen. Das ist so eine Glocke, die man anschießen kann. So nicht. Probieren wir es nochmal. Wir kriegen das hin. Okay. Diesmal haben wir sie erwischt. Wissen nicht, was passiert ist. Kann im Endeffekt alles mögliche gewesen sein. Aber gut, wir speichern das mal. Das wird schon... Wird schon gut gewesen sein, denke ich mal. Äh... Jetzt können wir hier landen. Das haben wir ja... ...geöffnet. Alright. Dann haben wir da noch eine Glocke. Die ich aus irgendwelchen Gründen gerade nicht treffe. Okay. Gut. Hätten wir die auch. Und nun? Hier runter. Ach so. Dann sind die zwei Türen aufgegangen, ne? Alright. Ich sehe. Ah. Äh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich glaube, wir müssen da einen Teil nochmal machen. Ähm. Ja. Die eine ist noch zu. Ach komm schon. Echt? Wollt ihr mich verarschen? Lara, das kriegen wir hin. Yes. Alright. Schießt die Glocke an. Warum geht das jetzt nicht mehr? Was ist zur Hölle ist hier los? Alright. Hat funktioniert. Keine Ahnung, warum das jetzt so lange gedauert hat. Aber. Wir werden hier auf jeden Fall wieder speichern. Und diesmal ein bisschen vorsichtiger sein hier. Können wir hier stehen? Können wir nicht. Wir können uns aber hier rüber hangeln. Und uns dann hier runter fallen lassen. Und hier stehen. Aber das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, wenn wir ehrlich sind. Also es sieht so aus, als müssten wir da hoch. Oh. Okay. Gut. Dann gehen wir von der Seite. Und kraxeln uns hier hoch. Wäre es noch weiter hochgegangen? Eventuell. Da drüben ist auch ein Weg. Spannend. Okay. Das hier hat uns dann doch nicht so viel gebracht. Wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Aber die Lösung hier ist glaube ich relativ easy. Wir gehen hier wieder rüber. Oder nicht? Ah. Wir gehen hier hoch. Okay. Ich weiß nicht genau, was das gebracht hat. Das Tor ist offen, ne? Alright. Dann würde ich sagen, gehen wir hier und hier wieder runter. Wieder runter. Speichern das mal. Das mit den Glocken ist eine coole Mechanik. Ich weiß noch nicht genau, was ich von diesen Sprungbrettern halten soll. Ich glaube, ich glaube, ich will gucken, ob man noch ganz nach oben kann. Naja, da habe ich mich zu früh festgehalten. Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es geht nicht. Ach, Mist. Really? Nope. Geht nicht. Wir kommen so weit hoch, spicken können wir uns nicht. Alright. Dann soll das hier wohl unser Weg sein. Vielleicht kommen wir nachher da irgendwie hoch. Ich bin ein bisschen schade, dass wir noch kein Secret gefunden haben. Wahrscheinlich habe ich schon eins verpasst. Aber hey, ich glaube, ich muss mich jetzt einfach daran gewöhnen, dass die Secrets schwieriger zu finden sind. Und jetzt hier in den Leveln. Bei einem Kloster hätte ich alle Secrets eigentlich holen. Moment mal. Ist hier noch was? Nope. Alright. Wo geht es hier weiter? Ja, wir kommen da tatsächlich noch hin. Haben wir hier was um die Ecke? Das scheint nichts zu sein. In Ordnung. Speichern wir das mal kurz. Nicht, dass ich wieder irgendeinen Mist baue. Alright. Oh. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, da hoch zu kommen. Aber es ist passiert. Okay, den haben wir jetzt ein bisschen dumm erledigt. Das hätte nicht sein müssen. Nehmen wir die Fackeln mit. Da ist der Silberdrache. Alright. Dann haben wir wahrscheinlich doch nichts verpasst. Weil der Silberdrache ist in der Regel das erste Secret im Level. Gucken wir mal, wie wir da rankommen. Ah, Silberdrache so nah und doch so fern. Ah, wahrscheinlich da drüben irgendwie. Okay, wir speichern hier mal. Also, das ist eventuell ein Point of No Return. Wobei, nein, ist es nicht. So. Kommen wir hier irgendwie zum Silberdrachen? Nein, kommen wir nicht. Es kann sein, dass wir von diesem Raum zum Silberdrachen kommen. Ach, komm schon. Echt? Mist. Ach, das ist der Spicke-Raum sogar. Ist da drüben irgendwas? Nee, wir kommen von der Seite. Alles klar. Ich habe da irgendwie einen Gang gesehen. Das heißt, es wird hier irgendwo... Ups, ich glaube, ich habe was gesehen. Es wird hier durchgehen. Lieber Silberdrache, du bist mein. Ich weiß auch nicht, warum ich so gierig auf die Secrets hier bin. Weil sie, ähm, in der Regel bringen sie mir nichts. Im Endeffekt. Aber wir haben es. Das ist irgendwie ein fieser Löwe. Shit. Okay, speichern wir das mal. Wir haben den Drachen. Äh, wir leben noch. Eigentlich alles gar nicht mal so schlecht. Ah, jetzt kommt er um die Ecke. Echt? Oh, da ist noch einer. Ja, da ist noch einer. Haben da ein bisschen viel Leben verbraucht. Aber was will man tun? So, wir können hier hoch. Äh, wir nehmen auch irgendwann wieder eine andere Waffe. Da ist ein Mad Kit. Gute Sache. Also man kriegt auch immer mal wieder ein bisschen was in Highlight-Items und so. Es ist nicht so, dass wir komplett verhungernd sind. Okay. Ich hab schon fast gedacht, dass hier was faul ist. Es war zu offensichtlich, dass hier noch was passiert. Äh, ist das wieder so ein Masken-Ding? Es scheint so. Können wir das ungestraft nehmen? Aha. Yep. So wie es aussieht schon. Die Frage ist, wo brauchen wir das? Vielleicht hier bei der Tür. Ich hab da zwar, glaub ich, kein Schlüsselloch gesehen. Ah ne, die Tür ist auf. Alright. Ich weiß nicht, wann die aufgegangen ist, aber sie ist auf. Dann hier runter. Wozu hell sind wir hier? Dann hier runter. Moment. Ich höre was. Kommt der hier hoch? Da ist er, oder? Da ist er, die Sau. Speichern wir das mal. Gehen da hin und dann versuchen wir ihn. Ah, shit. Wow. Ah, was? Wozu hell sind wir hier? Der hat uns jetzt mehr abgezogen, als es notwendig gewesen wäre. Da hab ich sehr schlecht gespielt, aber was soll's. Ist, ist okay. Da hinten ist ein Medkit. Schön. Gibt's hier sonst noch was? Also man kann da auf jeden Fall noch nach unten gehen. Die Frage ist, ist auch oben noch was? Ich höre noch mal mindestens einen. Das muss wohl sein, oder? Oder auch nicht. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Holen wir uns das Medkit noch mal. Dann müssen wir gucken, wie wir da runter kommen. So, speichern wir das, dass wir das nicht noch mal machen müssen. Man sieht halt einfach gar nichts. Das sind auch wieder Stacheln. Irgendwo wird's ja keine Stacheln geben. Muss ja. Oder? Oder nicht? Es ist... Es ist ein bisschen Trial and Error. Ich probier's hier mal. Nein. Auch nicht. Können wir was sehen, wenn wir eine Fackel anzünden? Und uns hier so runter... Nee. Okay. Das war tatsächlich hier richtig. Können wir die Fackel wieder aufnehmen? Wir können. Man sieht sich halt einfach kaum. Aber hey, wir sind unten. Ich werde den Speicherstand nicht überschreiben, aber... Wozu Hölle sind wir hier? Man kann schon... Überall hätte man runter springen können. Wenn man's denn am richtigen... Ort macht. Oh, hier ist was. Das ist Munition für unsere... Normalen Pistolen. Ich will noch mal ne Fackel verwenden. Ist hier noch was? Das ist ein Block. Der sieht irgendwie ein bisschen strange aus. Nee, ist er nicht. Ist alles... Okay. Können wir da rein? Da hingehen? Vielleicht ist ja... Hinter der... Vase irgendwas versteckt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Alright. Gut. Dann... Geht's wohl hier raus? Oder auch nicht? Da ist zu. Gucken wir mal auf den... Andern. Ah, hier brauchen wir wahrscheinlich die Maske, oder? Ist das... Nee, oder? What the fuck? Das ist der Raum, wo ich mir... In der letzten Episode... So den Kopf zerbrochen habe, wie wir hinkommen. Aber man kommt hier einfach im nächsten Level hin. Ich dreh durch. Aha. Wer hätte das denn ahnen können? OMG. Ah, das hat jetzt die Tür aufgemacht, natürlich. Klasse. Ich will hier nochmal kurz gucken, ob es hier nicht noch einen Weg nach oben gibt. Nein. Alright. Kein Secret hier. Oder zumindest nicht, dass ich es erkennen könnte. Meine Güte. Habe ich mir echt, äh... In der letzten Episode... So was den Kopf zerbrochen, wie wir hier hinkommen. Man kommt einfach im nächsten Level hier hin. Die Frage ist, kann ich hier runter... Was passiert, wenn ich da runter springe? Ich komme ja nicht wieder hoch. Ähm, die Tür ist auch wieder zu. Wir bleiben erstmal hier oben. Bevor wir nicht irgendwie einen Shortcut oder so haben... ...werde ich hier... ...den Teufel tun. Ach so, jetzt geht das Wasser da weg. Und jetzt müssen wir zweifelsohne auch da nach unten. Wo braucht man den Schlüssel? Das ist für mich immer noch so ein bisschen ein Mysterium, wo man im Endeffekt den Schlüssel einsetzen muss. Den man da unten dann findet. Wir können da rüber springen. Das sind auch Fackeln. Ich denke, das sollten wir tun. Weil ich glaube nicht, dass wir hier wieder hochkommen. Wir haben es oft genug probiert im letzten Level. Ähm, ich gehe hier runter. Ich speichere... ...die 688 überschreibe ich nicht. Ist jetzt die Frage, was man hier alles machen kann, noch... ...wieder. Das Ding ist auch wieder zu. Bleibt wahrscheinlich auch zu. Da haben sie einfach das Level recycelt, ne? Sieht wohl so aus. Also zumindest ein Teil davon. Ich meine, eigentlich ist das auch... ...cool... ...wenn man denn... ...das irgendwie erahnt hätte. So, Gegner. Aber zwei Stück. Nice. Und dann, ähm... ...machen wir... ...en Tauchgang. Holen uns den Schlüssel. Keine Ahnung, wo wir den brauchen im Endeffekt. Ach nee, das ist kein Schlüssel. Das ist ein Stab. Haben wir hier was? Da an der anderen Seite waren wir. Ach so, ich sehe, wo das... Oh, 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 oh. Böses Fischi, böses Fischi. Lara. Lara, tu was. Lass dich doch nicht von diesem Fisch... ...äh, äh, äh... ...anknabbern. Da ist noch einer. Wir sind doch noch so jung. Ach du... ...what? Am... ...vier Stück. Boah, die haben... Ach du heilige Scheiße. Da haben sie es aber leicht übertrieben, ne? Ach, hier können wir wieder nach oben gehen. So, Fischi-Lines. Fischi, Fischi. Jetzt, da kommen sie. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. So, hier können wir... ...an Land. Dann werde ich versuchen, von der Seite... ...ein bisschen... ...sie wegzumachen. Lara's down. Das sind, glaube ich, nur die zwei. Ich glaube, wir haben beide. Ja, wir haben beide. Alright. Speichern. Ähm... ...ah, die 88 nicht überschreiben. Granatwerfer... ...nehmen, irgendwie. Da ist er. Also, sie können uns hier... ...momentan nichts anhaben. Das Problem ist, sobald wir an Land gehen... ...werden sie uns... ...werden sie uns fertig machen. ...ein... ...weir haben sie. Ah. Nice. Gute Sache. Lief. Granatwerfer, der ist echt gut gegen die. Gut, der ist wahrscheinlich gut gegen alles. Wir haben sogar... ...die... ...ähm... ...Eisdinger. Sind wir... ...haben wir umgangen. Da hinten liegt ein Midpack. Ich höre einen Gegner. Du bist so ein Penner. Wo kommst du... ...wo kam der jetzt wieder her? Ich habe ihn gehört. Ja. War... ...kam der von hier? Ja. Alles klar. Dankeschön. Gut haben wir darüber geredet. All right. Holen wir uns das Midpack. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Okay. Da ist wieder einer. Was ist mit dem Granatwerfer? Das ist hier echt... ...gar kein Thema. Okay. Hier ist nichts. Wir könnten da hoch. Das mache ich jetzt aber erstmal nicht. Ich will erstmal den anderen Gang abchecken. Den Granatwerfer... ...den haben wir halt auch... ...sehr selten bisher eingesetzt. Ähm... Gibt es hier was? Scheint ein Dead End zu sein. Was? Ach Mist. Die habe ich nicht gesehen. Spring. Und... ...irgendwie so. Ja, das ist okay. Speichern wir nochmal. Bevor es irgendwie ein Point of No Return ist. Ich glaube mit der Pistole hier wird das hier nichts. Ah doch. Tatsächlich. Wow. Die hatten gar nicht so viel aus. Wie es eigentlich den Anschein hat. Das irritiert mich wieder, dass hier alles so verdammt dunkel ist. Haben wir hier ein Point of No Return oder nicht? Ich glaube nicht. Haben wir hier einfach viel Granatwerfer Munition. Äh... ...ein Wink mit dem Zaunpfahl. Würde ich sagen. Man sollte den einfach mehr verwenden, heißt das? Wer es nicht tut, ist selber schuld. So, wir könnten uns mal noch ein Med-Kit reinpfeifen. Zur Feier des Tages. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Also ich glaube der Raum ist clear. Hier war auch nichts mehr, ne? Ach. Ich wollte nicht da runter. Ich wollte einfach nur gucken. Vielleicht hätte ja sein können, dass da noch irgendwie ein Block ist, den man verschieben kann oder so. Oder jetzt... ...nichts drauf zu schließen. Das heißt, es geht hier weiter. Das habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen bin ich erstmal an den anderen Ort gegangen. Und es wird tatsächlich eisiger. Also es passt quasi zum Team... ...Eispalast. Lawinen. Nicht gut. Unschön. Okay. Ein Teil ist schon mal weg. Nice. Haben wir noch mehr? Wir haben noch mehr. Alright. Ähm. Was will das Spiel hier genau von uns? Dass wir einfach da auch nach unten rennen? Könnt ihr haben? Ja, es kommen alle. Ich glaube, hier sind wir sicher. Und hier würde es dann tatsächlich auch weiter gehen. Ich will aber gucken, ob... ...noch irgendwas hinter den Lawinen ist. Schade. Wäre doch eigentlich ein schöner Punkt für den Secret gewesen, aber... Leider nicht. Leider nicht. Okay, gut. Ähm. Wir kommen weiter. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break. Und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Episode hier wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate. Euer Northgate. Euer Northgate. Vielen Dank.